So Leute, ich schneide gerade ein neues Video mit Moise. Es wird auf jeden Fall ein sehr behinderter Blog, aber am Ende gibt es tatsächlich mal einen Realtalk. Huchte ich mal dieses unglaubliche asiatische Gesicht an von Moise. Ja, es gibt einen Realtalk über das Thema Vater und Mutter werden. Wow. Wir hatten Videos vorproduziert, die heute online kommen sollten eigentlich, aber die sind noch in gelber Basis. Deshalb werden sie keine Reichweite machen, wenn wir sie jetzt hochladen. Im schlimmsten Fall gibt es heute kein Video, sondern nur ein Live-Zune. So Freunde, jetzt werden beide trainiert. Live-Stream gibt es heute nach dem Training. Ich weiß nicht, wann ich fertig bin, aber dann gibt es auf jeden Fall einen Live-Stream. Heute werden Beine aus den Hand genommen. Jungs, Ahmed hält nichts von dem Sprich mit Beinen. Aber nach Kodom. Hey, komm, ich hole den Kniebäu. Ich hole den Kniebäu jetzt. Ich fick mein Leber. Ich hole den Kopf, ich hole den Kopf, ich hole den Kopf. Ha, kannst du aufhören? Der Ehrenbruder hat uns eine Kühlbox gegönnt, damit auch unterwegs gesund gegessen wird. Der Stream war wieder mal sehr, sehr nice. Grüße gehen raus an die Stream-Community. Bro, danke schön. Jemand hat die letzte Sekunde aufgespächtet. Ruski, Bro, Abudzulo, grüß dich zurück. Und wieder mal zwei Jahre Wiedergabezeit heute gewesen. Ehre.